In den folgenden zwölf Minuten werden Sie erfahren, wie inzwischen mehr als 24.000 Partner in unserem Unternehmen monatlich mehr als eine Million Dollar Provision ausbezahlt bekommen und warum es täglich mehr werden. Sie werden lernen, wie Sie aus 50 Dollar Werbekapital ein dauerhaftes, passives Einkommen von 487 Dollar machen können und wie unsere Mitglieder nach nur drei Monaten schon bis zu 9867 Dollar verdienen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Hansen, Marketingmanager von GetMyAds und es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, GetMyAds kennenzulernen. Ich hatte immer mit Werbung im Internet zu tun, einem gigantischen Milliardenmarkt, der kreativen und unternehmerisch offenen Menschen bisher ungeahnte Chancen bieten wird. Ich war von Tag 1 bei der Gründung von GetMyAds mit dabei und habe jeden einzelnen Schritt im Unternehmen selber miterlebt und mitgestaltet, weshalb ich heute mehr als jemals zuvor überzeugt bin, dass wir die Welt der Werbung nicht nur erweitern werden, sondern schon in wenigen Jahren neue Maßstäbe setzen werden. Am Tag der Gründung des Unternehmens hatten wir bereits 22 Kunden. 17 Tage später waren es genau 200 Kunden. 45 Tage später waren es schon 1.000 Kunden und der Umsatz war schon bei 500.000 Dollar angekommen, ohne dass wir zu dem Zeitpunkt aktiv Kunden akquiriert hatten. Es lief alles nur auf Empfehlung von ganz alleine. Die erste Million knackten wir nach 58 Tagen und Ende 2015 hatten wir knapp 25.000 Mitglieder und über 14 Millionen Dollar an Provisionen ausbezahlt. GetMyAds startet jetzt international durch und es kommen laufend neue Märkte und Sprachen hinzu. Das Konzept hebt sich deutlich von bestehenden Systemen am Markt ab und überzeugt durch Einzigartigkeit in wichtigen Details. Im Wesentlichen möchte ich Ihnen jetzt zwei Dinge zeigen. Erstens, wie das Konzept von GetMyAds überhaupt funktioniert und zweitens, wie Sie auf direktem Wege heute noch Geld verdienen werden, ohne Wenn und Aber. Grundsätzlich sollten Sie eines wissen. Internet lebt einzig und alleine von Werbung. Entweder bieten Webseiten etwas zu kaufen an und brauchen Werbung, um gesehen zu werden. Oder eine Website finanziert sich durch Werbung anderer Firmen. Ob Facebook, Google oder Newsportale. Sie alle leben nur davon, dass Sie sich auf der Website bewegen und deren Werbung anklicken. Für jeden Klick, den Sie machen, bezahlt irgendein Unternehmen Geld an den Webseitenbetreiber. Für jeden einzelnen Klick. Nur so kann Internet leben und finanziert werden. Das Geld geht allerdings an Ihnen vorbei. Sie werden nicht daran beteiligt, dass Sie all die Werbung konsumieren. Immerhin gibt es seit einigen Jahren einige Unternehmen, die das geändert haben und damit erfolgreich sind. Es gibt Werbeplattformen, die Ihre Mitglieder für das Betrachten von Werbung oder Empfangen von E-Mails bezahlen. Es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. GetMyAds hat diese Konzepte erweitert, um es noch lukrativer und stabiler zu gestalten. Gehen wir deshalb ins Detail von GetMyAds und nennen es von jetzt an GMA. Die Anmeldung von GMA als Kunde und Affiliate, also Empfehlungsgeber, ist kostenlos. Es gibt keine Anmeldegebühren, keine laufenden Kosten, keine Abnahmeverpflichtungen, keine Abos und keine anderen versteckten Gebühren. Kunden von GMA nehmen automatisch am Payback-Programm teil, das wir als Bonus für alle unsere Kunden eingebaut haben. Und damit profitiert jeder unserer Kunden direkt von unseren Erfolgen aus mehreren Kanälen. Darüber hinaus gibt es noch ein Affiliate-Programm mit Sub-Affiliate-Provisionen und einem Mentor-Bonus für fleißige Teampartner. Als erstes besprechen wir kurz unsere Produkte, bevor ich Ihnen zeigen werde, wie man damit sofort online Geld verdienen wird. Es ist kinderleicht und absolut jeder wird damit sicher und garantiert heute noch Geld verdienen. Passen Sie also gut auf. Kunden können bei GMA sogenannte Werbetoken buchen, um damit Werbung für eigene Projekte, Webseiten oder Affiliate-Produkte zu machen. Ein Token kostet 50 Dollar. Für einen Token bekommen unsere Kunden Werbebanner, Klicks auf eine Website, Werbung in Newslettern und weitere Produkte, die wir je nach Markt, Land und Jahreszeiten anbieten. Ein Token ist für uns eine interne Einheit, für die Kunden verschiedenste Leistungen beziehen können. Was Sie dafür bekommen, können Sie selber aussuchen und selbst wenn Sie keine Webseite haben, werden wir Ihnen gerne helfen. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Sie sind allerdings hier, um Geld zu verdienen. Deshalb hören Sie nun bitte genau zu. Ihr Token im Wert von 50 Dollar wird nun folgendermaßen verteilt. 40% davon gehen in Payback-Pool. 40% werden an Affiliates ausbezahlt. Dazu gehören auch Bonuszahlungen. Und 20% verwenden wir für den Aufbau des Unternehmens und unser Traffic-Netzwerk. Also auch laufender Betrieb und der Sicherstellung, dass wir auch mit großem Wachstum immer genug organischen Traffic für unsere Kunden haben werden. Wichtig ist für Sie also nun Folgendes. Ihr erworbener Token im Wert von 50 Dollar wird 600 Tage lang aktiv im Pool am Payback-System teilnehmen und Ihnen jede Stunde eine Auszahlung bescheren. Sie hören richtig. Wir bezahlen jede Stunde aus und Sie verdienen damit stündlich Geld. Keine Ausnahmen, keine Haken, keine Ösen. Hier wird einfach jede Stunde eine Auszahlung gemacht. Diese Auszahlung bemisst sich daran, wie viele Token wir eine Woche zuvor verkauft haben und wie erfolgreich unsere Kampagnen gelaufen sind. Seit Gründung des Unternehmens hat das Payback-Programm immer mindestens 50 Cent oder mehr pro Token ausbezahlt. Also 1% oder mehr Payback pro Tag und pro Token, den unsere Kunden jemals erworben haben. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Allerdings bedeutet das, dass ein Token nach 600 Tagen 300 Dollar Cash auf Ihr Konto generiert hat. Mit diesem 300 Dollar können Sie nun weitere Werbung buchen oder eine Auszahlung machen. Selbstverständlich können Sie die Erlöse aus dem Payback-Programm täglich auf Ihr Bankkonto überweisen. Sie müssen also nicht 600 Tage warten, bis der Token ausgelaufen ist. Logischerweise sind 50 Cent am Tag nicht viel Geld. Aber Kunden können bei GMA auch mehr Token kaufen. Buchen Sie zum Beispiel Werbung für 1000 Dollar, was 20 Token entspricht, erhalten Sie täglich 10 Dollar ausbezahlt. Sie können alle 5 Tage mit den erwirtschafteten Gewinnen neue Token kaufen und damit ein passives Einkommen aufbauen. Sie bestimmen selber, ab wann Sie anstelle von weiteren Token Auszahlungen auf Ihr Bankkonto anfordern werden. Ohne dass Sie auch nur mit einem einzigen Menschen auf der Welt darüber reden, können Sie so bis zu 1000 Token erwerben und damit ohne weiteres 500 Dollar pro Tag verdienen. Wie gesagt, Sie können Auszahlungen auf Ihr Bankkonto zu jedem Zeitpunkt veranlassen. Des Weiteren verleihen wir unseren Kunden auch Bonusstufen, welche dieses Programm noch einmal beschleunigt. Mit dem Erreichen von 500, 750 und 1000 aktiven Token erhalten Sie einen Anteil vom Pool als treue Bonus. Dieser Pool ergibt sich aus allen Token, die in einem Monat verkauft wurden und ist ein netter Bonus für unsere treuen Kunden und Affiliate-Partner. Das sind allerdings erst die ersten beiden der vier wichtigsten Einkommensmöglichkeiten für Sie bei GMA. Wir haben auch ein Affiliate-Programm mit Sub-Affiliate-Provisionen angeschlossen, das ich kurz erläutern möchte. Als Kunde und Affiliate erhalten Sie für jeden Kunden, den Sie zu GetMyAds empfehlen, auf jeden seiner Umsätze eine Provision von 6 Dollar pro Werbetoken. Also direkt 12% von seinen Einkäufen auf Lebzeit. Also auf jeden Token, den dieser Kunde jemals kauft. Das klingt wenig, aber wenn Sie nur 10 Kunden haben, die jeweils nur 10 Werbetoken kaufen, sind das 600 Dollar Provisionen und erfahrungsgemäß werden Ihre Kunden regelmäßig neue Werbetoken nachkaufen und Sie werden auf Dauer daran verdienen. Darüber hinaus gibt es noch ein Sub-Affiliate-Programm. Das bedeutet, dass wenn Ihre Kunden aktiv werden und weitere Kunden empfehlen, erhalten Sie von deren Kunden auch 6 Dollar für jeden Token, der verkauft wird. Wenn Sie also 10 Kunden aufbauen, die 10 Token kaufen und diese Kunden dann dasselbe tun, erhalten Sie von Ihren direkten Kunden 600 Dollar Provisionen und von den Kunden aus der zweiten Generation ganze 6000 Dollar Provisionen. Und wer jetzt wirklich fleißig ist und seine Kunden bzw. aktiven Affiliates unterstützt, erhält noch einen sogenannten Mentor-Bonus. Dieser generiert sich aus einem Pool und wird nach einem fairen Schlüssel aufgeteilt. In diesem Pool fließen 40% der Affiliate-Provisionen. Es sind 8 Dollar pro verkauften Token, die diesen Pool füllen und aktive Affiliates fürstlich entlohnen werden. Der Unterschied zwischen einem Kunden und einem Affiliate bei GMA ist nur der, dass der Affiliate aktiv Kunden bzw. Affiliates wirbt und dafür eine Provision erhält. Fassen wir also zusammen. Als Kunde nehmen Sie am Payback-Programm teil und basierend auf den Zahlen der Vergangenheit erhalten Sie ca. 1% Rückvergütung pro Tag auf jeden aktiven Werbetoken für 600 Tage. Damit verdient absolut jeder Kunde jeden Tag bares Geld, ohne irgendetwas tun zu müssen, von ganz alleine und kinderleicht. Zusätzlich gibt es einen Treue-Bonus aus dem Top-Advertiser-Pool für Kunden, die 500, 750 oder 1000 Werbetoken aktiv haben. Zusätzliches Taschengeld, für das man nicht arbeitet und keine Zeit aufwenden muss. Als Affiliate empfehlen Sie GMA weiter und erhalten so für jeden Werbetoken Ihrer direkten Kunden 6 Dollar. Für Kunden Ihrer Teampartner erhalten Sie auch noch einmal 6 Dollar für jeden Token, sofort in Echtzeit ausbezahlt. Fleißige Affiliates erhalten darüber hinaus noch einen Mentor-Bonus, der Affiliate- und Sub-Affiliate-Provisionen durchaus bei weitem übersteigen kann. Die Anmeldung ist absolut kostenlos und wenn Sie selber keine Token erwerben möchten, können Sie trotzdem Kunden aufbauen und im Affiliate-Programm sofort Geld verdienen, da Provisionen immer in Echtzeit gut geschrieben und jederzeit ausbezahlt werden können. Es gibt keine Abnahmeverpflichtungen, keine Einstiegskosten, keine Gebühren oder versteckte Kosten. Wir stehen für maximale Transparenz und werden unseren Mitgliedern im internen Bereich alle Details genau auflisten. Betrachten Sie es auch einmal langfristig. Angenommen, Sie starten heute mit 20 Token und kaufen immer wieder neue Token mit dem Geld, das Sie aus dem Payback-Programm erhalten. Schon nach einem halben Jahr werden Sie schon über 50 Token haben und können sich dann praktisch schon ca. 750 Dollar pro Monat ausbezahlen lassen. Passives Einkommen, ohne dass Sie mehr tun, als sich alle paar Tage einzuloggen und Token kaufen bzw. die Auszahlung auf Ihr Bankkonto veranlassen und Werbung schalten. Und auch ohne, dass Sie auch nur einen einzigen Kunden aufgebaut oder Affiliate angeworben haben. Wirklich 100% passives Einkommen, das Sie nach Belieben steigern können, indem Sie weitere Token erwerben. Ich gehe davon aus, dass Sie nun auch wissen möchten, ob 1000 Token das Maximum sind, was man erreichen kann. Und ich kann Sie beruhigen. Kunden, die 1000 Token erreicht haben und mehr als drei Monate dabei sind, nehmen an unserem Premium-Partner-Programm teil. Ohne jetzt darauf weiter einzugehen, kann ich Ihnen zusichern, dass wir Ihnen mit Aufnahmen in dieses Programm ein Lächeln auf die Lippen zaubern werden. Ein großes, dickes Lächeln. So viel kann ich Ihnen versprechen. Provisionen werden immer in Echtzeit gutgeschrieben und sofort ausbezahlt. Von Ihnen angeforderte Provisionen sind nach drei bis fünf Banktagen auf Ihrem Bankkonto. Ich möchte jetzt noch kurz über den Payback-Pool sprechen, damit Sie verstehen, warum GMA langfristig das stabilste Profit-Sharing-Programm auf dem Markt ist und bleibt. Wir werden mit dem Geld aus dem Pool selber Werbekampagnen schalten, bei denen GMA als Affiliate Produkte Dritter bewirbt und Provision verdient. Wir kaufen also bei Unternehmen wie Google, Facebook, Bing, Yahoo und über 75 weiteren Unternehmen in unserem Netzwerk Werbung ein. Für solche Unternehmen sind wir interessant, weil wir mit großen Summen regelmäßig Werbung buchen und weil sie mit einem großen Kunden sehr viel weniger administrativen Aufwand haben als mit vielen kleinen Kunden. Alle diese Vorteile geben diese Unternehmen an uns weiter. Unser Werbevolumen beläuft sich auf verschiedenen Märkten aktuell schon auf über 7 Millionen Dollar pro Monat mit steigender Tendenz. Mit solchen Summen erhalten wir ganz andere Konditionen, wie Sie sich bestimmt vorstellen können. Geschalten werden diese Werbekampagnen von einem Tochterunternehmen von GMA, das sich in diesem Bereich spezialisiert und etabliert hat. Angenommen, und das ist nur ein Beispiel, um es vereinfacht darzustellen. Ein einzelner Affiliate kauft bei einem Werbenetzwerk 1000 Klicks für sein Produkt und bezahlt dafür 1000 Euro. Er macht dann Einnahmen von 1200 Euro und ist profitabel. GetMyAds geht zum selben Traffic-Netzwerk und kauft genau dieselben Klicks ein. Wir verhandeln aber über mindestens 100.000 Euro monatlich, also regelmäßiges Werbevolumen und erhalten dafür einen Klickpreis von 50 Cent anstelle von einem Euro. Wir können mit diesen großen Zahlen Werbekampagnen besser optimieren und werden alleine deshalb schon mehr als doppelt so viel umsetzen. Anstelle von einem Euro kaufen wir einen Klick für 50 Cent ein und verdienen daran ca. 2,40 Euro. Anstelle eines Gewinns von 20 Cent erzielen wir 1,90 Euro Gewinn, was einer Steigerung von 950% entspricht, ohne dass wir irgendetwas anders machen als der einzelne Affiliate. Außer dem großen Volumen und der Optimierung der Kampagnen dank der Menge. Diese enorme Kraft haben wir unseren Kunden zu verdanken. Deshalb nehmen alle unsere Kunden am Payback-Programm teil und erhalten seit der Gründung des Unternehmens immer 1% oder mehr Rückvergütung pro Tag auf jeden Werbetoken, den sie gekauft haben. Wir sind bei über 75 Traffic-Netzwerken aktiv, bewerben über 200 der erfolgreichsten Projekte im Internet in sechs verschiedenen Sprachen, erhalten von den Produktgebern deutlich bessere Konditionen und generieren unseren Traffic aus den besten Quellen. Es ist eine perfekte Situation für alle Beteiligten und damit der einfachste Weg, ab heute jeden Tag online bares Geld zu verdienen, für jeden und von überall auf der Welt. Starten Sie heute mit GetMails durch und testen Sie es einfach. Ein Werbetoken kostet 50 Dollar. Und wenn Sie Ihr passives Einkommen beschleunigen möchten, können Sie bis zu 1000 Token erwerben. Es liegt ganz bei Ihnen. Egal wie viele Token Sie bewerben, Sie sind im Payback-Programm und werden dauerhaft passives Geld verdienen, ohne dass Sie dafür etwas tun müssen. Bei 1000 Token sind es ca. 500 Dollar pro Tag, was einem monatlichen, passiven Einkommen von ca. 15.000 Dollar entspricht. Als Affiliate erhalten Sie auch moderne Webseiten mit Videos wie dem Video, das Sie gerade sehen, um Kunden für GetMyAds zu gewinnen. Da Sie unbegrenzt viele Kunden und Affiliates an GetMyAds empfehlen können, ist Ihr Einkommen nach oben hin praktisch unbegrenzt. Nach der Anmeldung können Sie sich einloggen und praktisch direkt den Link zu Ihrer personalisierten Webseite mit diesem Video an Ihre Freunde weitersenden. Sie sind damit sofort in weniger als drei Minuten startklar und können damit sofort online Geld verdienen. Wir werden Ihnen darüber hinaus noch zahlreiche weitere Wege zeigen, wie auch Sie mit Sicherheit innerhalb kürzester Zeit ein passives Einkommen nach Ihren Wünschen erzielen werden. Melden Sie sich jetzt an. Testen Sie uns mit einem oder einer Handvoller Werbetoken, die Sie direkt nach der Anmeldung erwerben können und verdienen Sie ab jetzt jede Stunde bares Geld im Internet. Ohne Wenn und Aber zu 100%. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Sie als Kunde bei GetMyAds begrüßen zu dürfen. Das ist ein was Sie bei GetMyAds, die Sie direkt nach Ihren Wünschen erzielen. Das ist ein was Sie bei GetMyAds.